Ich darf jetzt die Bundesministerinnen und Bundesminister zur Bekräftigung des Eides zu mir zu bitten. Lassen Sie uns bitte. Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Ich schwöre es. Vergessen Sie es. Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch. Oh, nee. Anna-Lena Baerbock, Bundesministerin des Auswärtigen. Ich schwöre es. Herzlichen Glückwunsch. Oh, nee. Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch. Oh, nee. Im Namen des Vaters, des Sohnes. Oh, nee. Untertitelung des ZDF, 2020